Seid ja nicht so streng mit dem Kleinen, der kann ja auch nichts für Das ist wahrscheinlich das Kloster gewesen, wo wir herkamen Delikatessen Ah, das hier, das ist hier so das Hauptmenü, ne? Ah, ihr trinkt ein Keffchen, krieg ich auch eins Reicht mal rüber, das Keffchen, hier ein Burger ist auch noch dabei Krieg ich den nicht, hallo Also ich dachte ja gleich, der Kellner hat so einen ganz leichten Akzent Wollte er mich etwa verarschen? Also, unglaublich, was hier so abgeht Ah, da hinten, das Datei, mein Kleinen Jungs Ah Firework Levis Brothers Ach, da ist der Abwasserkanal Wo geht denn das Wasser hin? Schwimmt das einfach runter, oder wohin geht das? Wird gerne mal hier hinten reingucken, ne? Ach, kacke, hier ist nix Aber es ist echt interessant, wie die, wie die es gebaut haben Ist ein bisschen kaputt da unten Klostert Pilgrims welcome Ah, da hockt einer Guten Tag, Bürger Sie sehen fit aus Ja, du siehst auch nicht schlecht aus Könntest du ein bisschen Kaffee vertragen Aber die Jeans, ey Boah, die Thai reich Aber dieser Style einfach mit den Melonen, die sie damals getragen haben Den fand ich echt ziemlich geil Ey, hör auf mich nass zu spritzen Rotzlöffel, du Soll ich dir die Ohren lang ziehen hier jetzt? Ah, gucken wir mal hier Da ist auch nix Ist auch zu Gehen wir mal weiter Eine Kutsche Kolumbias Feinest Eis Na, guck nicht so grimmig Kann man jetzt Eis kaufen, ne? LOL, das ist Das ist Steampunk Kennt ihr Steampunk? Das ist Steampunk gehalten Ich mag Steampunk Das ist so Könnt ihr mal googeln, was das ist Ah, Karotten Gehen wir mal da hin und schauen wir mal zu, was hier ist Und so führte unser Prophet die Menschen fort Und dem Sodom und Holt Hinauf, hinauf in die Stadt Wo sie eine Sorgeflächte herein einschufen Aber es ist das Wunderlich Das Lach, das die Zukunft unserer Stadt darstellt Denn der Prophet sagt Dass sie im Turm das Sodom unter uns zu Rechtschaffenheit führen wird Ah, ne ganze Brücke Was für eine Verlosung Ich hab nicht mitgemacht LOL, der geht LOL, seit wann geht er rückwärts? Ich wollte mich nochmal hier umgucken So, was haben wir hier? Karotten, Tomaten, Melonen Potatoes sind Kartoffeln Canaries sind Honigmelonen, glaube ich Onions sind Pilze, oder? Was waren denn Onions? Peperoni, oder? Sowas in der Art Bell Peppers Das sind Ähm Hier Paprika Zucchini Sind so Gurkenartige Teile Aber das Aber das Pferd hat es mir übelst angetan hier Ich finde das so geil Easter Patent Lane Easter End Born Was ist das für ein Kristall? Ey Kumpel Ja, gehen wir mal weiter Ich muss ja nur drauf achten Auf das Symbol Die Frames sind gerade ein bisschen eingebrochen Ach so halten die sie nach oben Irgendwie hört sich das nach einem typischen Sonntag in Deutschland an Na, alles fit in der Rose Ah, hier wieder schöne Rosen Echt gut gemacht Ist große Brücke Patriot Sprite Confection Confection Ja, wie war Ähm, was war das? Kolumbia Jahrmarkt und Verlosung Ähm Finde die Kolumbia Städte Äh, Statue Ja Man kann nicht überall sein Man verpasst immer etwas Darum gehen wir zur Verlosung Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl Die Frage ist, um was geht es in dieser Verlosung Weil dann würde ich auch gerne mitmachen Ich will so 1000 Euro gewinnen Aber wäre doch toll, wenn mir das einfach geschenkt wäre Hm Kinder machen mir irgendwie Angst Wir müssen hier hoch Ich gucke mir einfach mal jedes Detail an Das ist ja auch das Ziel des Spiels Da ist nichts drin Ah, hier wieder Marktstand Das gleiche nochmal Wir klauen hier einfach mal alle Äpfel Ich habe kein Geld dabei, ja Ich bediene mich einfach mal, okay Ah, hier noch ein Fass Milde Temperaturen bei leichtem Wind Aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag Ah, das Wetter Das ist das Feiertagswetter, Kolumbia Und nun wieder Musik Hallo Oh 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 lecker, ein Festessen Yum, yum, yum Ist das Fisch oder Ne, das sind Früchte Was ist das denn hier Ihhh, was ist das denn Schweinerüssel Wah Alter Schweinerüssel Hier ist auch nichts drin Huh, was war das denn jetzt Ah, ein Besen Ah, ich wollte es hier faken Kann man allein nicht Ah Kondensmilch Die 7,5% Ich glaube, das ist ein Tante-Emma-Laden Sowas in der Art Hä, was war das gerade Gesundheit voll Ah, die Tomaten Stück Fleisch Zwiebeln sind das Onions waren Zwiebel Genau Mach mal ein Radio an Das ist doch super Einfach mal einen Kuchen geklaut Und die Banane Hier auch noch was Ah, alles leer Und hier hinten ist da was Ne So Haben wir hier noch was Irgendwo Ne Alter, was ist das denn Für Melonen Ach, bezahlen Bitte sehr Ja, gar nichts reinlegen Komm, alles mitnehmen Bist du besoffen oder was Hier, ich schenke doch nichts her Was bin ich denn Wenn ich der Bonze von Bonsai Hier Ah, hier nochmal so ein Kinetoskop Gucken wir mal rein Ob das das gleiche ist Ich glaube, das ist das gleiche Ne Ne, ist was anderes Wer ist die falsche Was ist der falsche Hirte Ist er es Ist er es Oder er Bist du es Also sehe ich aber nicht aus Nur unsere Wachsamkeit schützt Das Lamm Von dem falschen Hirten Finn Ende Ups Jetzt hat sich gerade aufgehangen Ah, das ist Konfettis hier Sind es Rosenblätter Oder Konfetti Aber die haben ja echt Eigenartige Sachen Und machen die So nicht aufs Dach Und hier Direkt raus Finde ich auch ein bisschen Schwachsinnig Wir müssen nach rechts Aber ich würde gerne mal nach oben gehen Ich muss ja einfach das mal genau angucken Aber weil wir ja gerade hier sind Gehen wir mal hier hin Gott only knows Gott only knows What I'd be without you Schön singt er da Oh, wie süß Wir tanzen Sehr romantisch Ist das Oh, ich May not always Love you Auch wenn es noch so schön ist Wir gehen einfach mal weiter Weil sonst komme ich ja nie weiter Die Kiste Back in 5 Minuten Ja Ah, Sardinen Ich würde mir gerne noch mal da hinten alles angucken Und dann gehen wir mal direkt weiter Wenn ich mal eine Pause machen kann Weil es wird langsam ein bisschen anstrengen Ich glaube du sollst den Strauß ins Loch stecken Das wäre auch gut Da passt er auch hin Also Ich meine jetzt Ins Ohrloch Meine ich natürlich Ihr denkt immer Immer Zweideutig Mein Gott ey Immer zweideutig Denkt ihr hier Es ist echt schlimm Ah, hallo Hübsche Frau Ihr liest anscheinend ein Büchlein Und der nächste Superschöne Garten Ah, das ist so eine Art Gärtner hier Ah, gucken wir mal Hier war doch gerade was Ah So 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 Soxophon Spiel wir mal ab Ein Mensch steigt ins Taufwasser Als anderer Mensch entsteigt er ihm Wiedergeboren Aber wer ist dieser Mann Der da untergetaucht ist Vielleicht ist der Sünder und Heiliger in einem Bis ihn die Menschheit wieder erblickt Ah, der meint wahrscheinlich mich Hier ist noch eine Mülltonne Ist leider nichts drinnen 38 Cent Ne, hab ich nicht für dich übrig Das ist zwar tolle Blumen Aber die kannst du einfach in den Ofen werfen Als Anfeuerungsmittel Das passt schon Die Columbia Statue Was sind die jetzt hingefahren? Ach, die sind weggefahren Naja, ich komme einfach nicht raus Aufs Staunen Wollen wir einfach mal alles angucken Frame Einbruch 20 Frames Stein, Papier, Schere Wer gewinnt von euch? Ja Sie hat gewonnen Das ist mein Favorit Komm Mach ihn fertig Komm Ja Gut gemacht Mach ihn nochmal fertig Komm Schaffst es Oh Hättest du doch lieber Brunnen genommen Ich glaube Wir glauben hier mal ein paar Äpfel schenken Es sah jetzt so aus Ob da Geld liegt Aber es war so Ah, der hat sich noch ein Schüchen anprobiert Hä, ich konnte gerade hier was anklicken Ah, ich weiß nicht was es war Wir gehen mal weiter Wir gehen einfach mal weiter So, ein bisschen Geld Ja Efeu Super schön Ah, das ist die glaube ich, die wir suchen, oder? Ja, hier finde ich sie, haben sie gesagt Telegram für sie Telegram für sie, Sir Danke Der Wood Stop Machen sie Comstock nicht auf sich aufmerksam Stop Was immer sie tun Nicht Nummer 77 10 Stop Tess Was zum Geh nach Monument Island Und findet das Mädchen Natürlich meinen die Elisabeth Elisabeth Ähm, hat es gerade gespeichert Ich weiß es gerade nicht Hallo Schicker Hut Den du da hast Ah Das Teleskop benutze ich gleich Wollen wir mal gucken, ob hier noch was ist Ah, Chip Ach, der Müllabfall war auch noch da Gut, schauen wir mal durch Vielleicht sehen wir ja was Ah, die Jonglieren Ah, wie groß das alles ist hier Unglaublich Und man zieht aber nicht viele Hat sich gar nicht gelohnt reinzuschauen Guten Tag, mein Freund Guten Tag Hi, wie geht's?